Max geht für den Master nach Sevilla. Was? Aber wie macht ihr das dann? Keine Ahnung. Irgendwie kann ich mir vorstellen, auch dorthin zu ziehen. Du? Du würdest nach Spanien ziehen? Ja. Aber du kennst doch niemand. Ich meine, abgesehen von deinem Freund, du würdest dann für alles aufgeben? Deinen Job? Deine Freunde? Weißt du, bevor ich ein Jahr in Frankreich war, konnte ich kein Wort Französisch und ich hatte nie allein gelebt. Stimmt. Ja, ich musste das alles plötzlich selbst gebacken kriegen. Und seitdem macht mir einfach nichts mehr Angst. Ich meine, du könntest mich in Mexiko City absetzen und ich würde irgendwie durchkommen. Also ich habe sogar gemerkt, dass mir das gefällt. Herausforderung. Herausforderung? Ja. Allerdings bin ich mir weniger sicher, ob ich noch mit Max zusammenbleiben will. Was? Ey, die Sarah. Sich an Unvorhergesehenes anzupassen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Unvorhergesehenes bewältigen zu können, ermöglicht es, Ungewissheit zu akzeptieren, Stress zu verringern, reaktiver zu sein, sich schnell an ein neues Umfeld anpassen zu können. Ja. Max.